herzlich willkommen zurück zu let's battle mit neuer frisur und was das mit auch nichts gesagt ich habe eine frisur hätte schon mal ein whatsapp geguckt habe ich nämlich ein bildchen drin ich muss jetzt hier mal kurz die steuerung warum übernimmt er das nicht stehe ich nicht wir mein problem ich habe kaum noch was zu essen und ich werde jetzt sterben aber wir müssen zu unserer base zurück ich habe nichts mehr zu essen du musst mir essen geben oder ja ich versuch's doch schleichen ja 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 wo ist das andere jetzt das erste mal die base wieder von unten wo ist das andere wo ist es und das soll hier auf ich sehe das erste mal jetzt die base wieder von unten das soll schon nicht menü das wird ja das hier werden ich gucke mal ob ich noch oben irgendwas zu essen habe in der base ich drehe ich drehe noch durch mit dem scheiß hier ich habe wir haben nichts mehr zu essen an der base wir haben magazine ist holz ich nehme alles mit was wir nicht brauchen werkzeuge dass wir das brauchen wir noch das können wir noch gebrauchen das können wir noch gebrauchen dass das und das also ich bin jetzt fertig mit meiner einstellung ich versuche jetzt den berg vorsichtig runter zu kommen und natürlich nicht team domse und janik in die arme zu laufen ja ich hoffe dass wir jetzt nicht hier noch gehen weil das wäre echt also zu ach bist du bist du zu base ich bin jetzt auch dabei im fall bei der base ja ich bin jetzt bei der hülle ja ich muss aber trotzdem anders rumlaufen wenn man am ufer entlang ich muss hinter dem berg entlang weil ich war also ich habe in deiner folge gesehen dass ihr vor mein berg lang gelaufen seit ich gehe jetzt auf dem werk auf ganz oben auf welchen denn wo ich dran vorbeigelaufen bin der direkt wenn du richtung wasser guckst rechts ist von unserer base auf dem berg springe ich jetzt die ganze zeit das ist aber der fall schon ja aber auf den muss ich hier auf ja gut ich gehe jetzt hier einfach mal runter ja scheiße eine spinne und ein skelett ich habe wenigstens ein holz ich habe den damage indicator noch drin yolo was sind denn mit in die kälte zeigt ja an wie viel leben und wie viel damage und so was so gut geht doch nicht überlebe ich das wenn ich da jetzt runter fall und du springst nirgendwo runter dinge jolo also ich bin jetzt oben auf diesem berg und ich versuche hier ich weiß nicht wo ich gestorben bin ich weiß gar nichts ich bin einfach nur traurig ich renne jetzt langsam zu meiner todesstelle aber ich kann halt nicht mehr ich kann gar ich habe gar nichts mehr ich hätte gern wenigstens essen wir haben so viele schafe hier aber keine von denen droppt irgendwie nur essen das ist scheiße oh man wir sind schon so zwei spaßten überhaupt bisschen aber mein gott war doch trotzdem sind die da ich hoffe nicht nee nee das ist nur ein zombie ja gut geklappt hier ist eine höhle okay also ist nicht ich es nicht mich jetzt halt die ganze zeit ist ja klar ja antworte du mal ja was ja ich bin langsam ich renne langsam zu meiner todesstelle was halt übel auf alter ich muss ganz kurz was gucken warte ganz kurz eine sekunde ich hasse es allein zu sein du bist so behindert ja wir treffen uns gleich bei der base bist du auf dem bist auf irgendeinem berg da oben ist ein schwein ich renne zu dem berg kohle ich habe kohle tschuldigung ich bin gestorben an den koordinaten werden wir zu den koordinaten 128 die 328 x und y-394 ja ich muss noch mal schön in die steuerung weil irgendwie ich habe dann machst du halt ganz ehrlich jetzt endlich ich verliere schon lebenspunkte wegen dem wegen dem hunger ja ich gut dann renne ich halt okay ja bitte wenn ich getötet wird bist du schuld ja ist mir egal ich will einfach nur hier ich mache jetzt eine spitzhacke besser ungefähr wo du gestorben davon hole ich mir ein paar steinchen ja also x ist 300 und minus x ist 328 und y ist minus 394 ich hole mir hier oben ein paar steinchen brate das fleisch damit ich nicht zu viel verbrauche wie viel fleisch hast du denn noch 2 aber ich habe auch noch verrottet ist also kein problem hier sind was haben wir seit mir hingerannt alter also was 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 für y-394 wieder schön skelett mit dem will ich mich jetzt eigentlich nicht anlegen wir sind gehirn geschnappt oh ja geil mehr gehirn naja du hast ja jetzt auch nämlich das facts seit ein paar folgen jetzt aber schon ich habe dich noch nie darauf angesprochen so wie jetzt bescheuert also hast du eigentlich ein waypoint zu unserer base gesetzt ja da habe ich ein waypoint gut dann treffen wir uns gleich da ach ihr seid hier hoch genau ich erinnere mich das ist echt nervig dass die schafe keinen fleisch stammt also ich muss noch ganz wir müssen in der eins 8 version spielen brühe dann würde das funktionieren ich habe jetzt bin es auch ganz bewusst eigentlich relativ ruhig weil ich mich wirklich jetzt konzentriere darauf nicht zu verrecken also x war 328 ich bin kurz erschrocken wegen dem zombie ich brauche jetzt langsam deine hilfe ich brauche jetzt langsam was zu essen ich habe noch dreieinhalb herzen ja also ich kann das gleich nicht mehr sprinten jetzt warte ich muss schön das verrottete fleisch essen wenn es okay ja sonst brauche ewig zu dir kurz verlassen ich weiß ich weiß wo ich ungefähr war ok warte alex ich bin hinter dir ich bin hinter dir ich sehe dich echt ja wo wo hier hier unten hier unten ach da da ich sehe dich gib mal kannst du mir irgendwie eine hose und schuhe geben oder so ach danke dir ja mein hunger baut sich jetzt halt auch ab ist ja logisch ja warte hier kannst du mir irgendwie hose oder so geben damit ich wenigstens etwas rüstung habe gegen die monster ich könnte Achtung hinter uns zombie gell ja habe ich schon gesehen mach den ach du ist schon ein dorfbewohner zombie gell ja wir müssen weiter richtung norden soll ich dir noch irgendwas geben von mir mein helm ja gleich ich will jetzt erst mal richtung norden und gucken ob ich vielleicht noch irgend vielleicht habe ich da irgendwas zu essen noch gehabt oder so ok hier waren wir runter da ist ein creeper ein bisschen in der nase popel immer geil alter so hier bin ich runter hier müsste das irgendwo gewesen sein 328 3 minus 395 ups hä war das hier oben auf dem berg oder wo war das ne du bist irgendwo unten also wirklich unten gestorben so ja ich weiß ich war irgendwo neben Wasser hier ist Wasser ach da bist du da bist du seh dich aber ich bin noch nicht hier lang gelaufen doch du bist hier gestorben genau hier na ok dann ist das alles weg ja du bist hier hier da hinten kommt ein creeper ja ähm geh mal einfach geh mal zur base soll ich vorlaufen ja oder weißt du wo sie ist so ich muss da kurz antworten schnibbel die Bibel nimm paar Samen mit damit können wir unter der Erde ein Dingens anpflanzen ein Feld ok also immer wenn du ein bisschen Gras siehst einfach ein bisschen ach das war dein creeper hier genau ein bisschen rote Blumen mitnehmen für die Waffenboxen jetzt geht doch kaputt du scheiß Ding so so ok ich hab alles was Dingens angeht so jetzt müssen wir hier hoch und ab zur base so also essen hab ich jetzt auch keins mehr jo gut wir müssen halt möglichst viele Samen hast du Eisen ähm ne dann müssen wir uns die unter Wasser machen die einmal wir rennen jetzt zur base das ist mir oh god bestimmt ja ich bin noch hier geh mal hier lang von hier aus schaffen wir es auch ja hier bin ich eben hochgelaufen den Berg meinte ich eben ah ok ja ich war auf äh dem da hinten ne ich glaube wir haben ja unseren Zuschauern was zu sagen ne ja gleich wird etwas passieren was euch vielleicht wundert ach so ja aber ich sag jetzt noch nicht zu viel nö wir sagen jetzt einfach noch gar nichts ja halt im Wald ausschauen ne da ist ne gelbe Blume ich glaube gelbe Blumen brauchen wir auch warte ich nehm ein, zwei mit für den Farbstoff ok so hab drei ich komme also hier ist auf jeden Fall mal die Schlucht ich bin mal ganz kurz ich bin schon auf der anderen Seite ich bin schon bei unserer Base hier guck ob da jemand ist gell hier ist niemand ja genau vielleicht ficken sie uns den Rücken warte guck mal was in unsere Kiste noch was ich da noch übrig lassen ich weiß nicht ob ich da alles rausgenommen hab ne ich hab hier noch Seeds ich hab Emeralds ich hab Lapis Lazuli Rosenrot Kohle und Holz und alles hier sind noch zwei Slime Boys drin aber die sind relativ irrelevant ok die mach ich erstmal wieder zu warte mal da siehst du auch dass die hier alles zugebaut hatten siehst du ja ich hab's in deiner Folge gesehen lassen wir hier noch ein bisschen rumlaufen im Wald und gucken ob wir irgendwas zu essen finden da ist nichts mehr drin ich hab alles rausgenommen was irgendwie was relevant war ok ich nehm jetzt noch die Öfen mit nimm mal den Enchanting Table mit dann verbrauchen wir kein Holz unterirdisch ja Enchanting Table genau ja siehst du weißt du was ich mein und ich hab schon wieder nur noch drei Essen also es ist unglaublich wie viel Essen man hier braucht ich baue jetzt ein paar Bäume ab damit wir Holz haben für unter der Erde und ähm vielleicht ein paar Dinge droppen Äpfel ich mach uns auch noch ne Stein nein lass sie lass sie einfach mach einfach Holz und äh bau einfach Holz ab und währenddessen ja so ich mach jetzt hier so ein Farming Feld hab ich Dreck ich hab keinen Dreck das war ja klar kann ich dir irgendwas brauche ich irgendwas nicht die drei Wolle brauche ich nicht so halt nach Namen ausschauen ne Bruder mhm wir müssten eigentlich schon wieder Folgenende haben wieso oh 16 Minuten stimmt ja nein obwohl 2-3 Minuten können wir ja noch wegen ja das stimmt wegen Server ja shitimmt mein Fresser so ich hab 17 Seeds ich hab aber vergessen die müssen wir halt unterirdisch anpflanzen ne ja aber ich pflanze die erstmal hier oben an damit wir wenigstens etwas haben weil ich hab ein paar äh Knochen äh ein Knochen ich hab neun Knochenmehl siehst du damit können wir nämlich zack damit können wir nämlich äh genau ein Brot machen besser als gar nichts ich mach noch mehr Seeds hier hin was ist denn gerade los hier ähm da hab ich noch 3 Erde ok so die Steinschlampe so gut das ähm also ein Brot könnte ich uns machen das mache ich jetzt auch erstmal willst du das essen oder soll ich mach du ich hab noch voll ok gut das Ding ist wir farm halt auch noch das falsche Holz ne oh jetzt ist wirklich Folgenende ja viel gut dann äh werden es jetzt wieder viele Farming folgen auf jeden Fall bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal wenn es wieder heißt schlechte Unterhaltung und Kartoffelsaladigus und Penis macht's gut Leute tschüss